Oh, hallo und willkommen in der Messestandwelt von CONORG. Seit über 20 Jahren produzieren und verkaufen wir mobile Messesysteme von der kleinen Promotion Theke bis zum großen Profi Messestand. Ich nehme Sie jetzt mit in unseren Showroom. Los geht's mit ein wenig Zubehör. Hier sehen Sie zum Beispiel einige Prospektständer und auch Halterung für Tablets oder Monitore. Alle lassen sich mit einem Handgriff zusammenlegen, also wirklich perfekt für den Transport. Ebenfalls ideal für den mobilen Einsatz sind diese faltbaren Flux-Messemöbel und unsere mobilen Messetheken. Wir führen über 300 verschiedene Thekenmodelle. Bei Form und Größe gilt, alles ist möglich. Dazu gibt es auch viele Ausstattungsvarianten. So, jetzt wird es spannend. Wir betreten die Welt der mobilen Messestände. Hallo! Was alle unsere Messestände gemeinsam haben. Sie sind modular aufgebaut, lassen sich wirklich einfach und völlig werkzeugfrei von Ihnen selbst aufbauen und für den Transport in handliche, leichte Teile zerlegen. Das bedeutet für Sie, der Gestaltung sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Sie können Elemente hinzufügen, austauschen oder Zubehör ergänzen. So simpel wie bei einem Baukasten. Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit, sondern natürlich auch wahres Geld. Sie suchen ein kostengünstiges, aber trotzdem professionelles Promotion- und Messestandsystem? Dann ist ein Modoframe-Stand perfekt geeignet. Ein klassisches Einsteigermodell, günstig, modern und vielfältig einsetzbar. Es darf etwas mehr sein. Die beleuchteten LED-Messestände gehören zu unseren Top-Sellern und das aus gutem Grund. Die strahlende Leuchtkraft, die hochwertigen Drücke und die modulare flexible Bauweise machen dieses Messesystem zu einem echten Highlight. Der Auf- und Abbau geht ganz simpel mit einem Stecksystem. Klick und fertig. Sie bestimmen die Details. Leuchtkonturen, Wände oder Zubehör lassen sich einfach modular ergänzen. Ob klein und kostengünstig oder groß und edel. Modernste Technik und hochwertige Materialien garantieren einen nachhaltigen Einsatz Ihres Messestandes. Und damit ein erfolgreiches Marketing für Sie. Hier haben wir einen Flexi-Wall-Messestand aufgebaut. Geschwungen oder gerade die Wände dieses Systems lassen sich in vielen Variationen aufstellen. Damit haben Sie einen Messestand für viele Standflächen. Auch hier wieder kein Werkzeug, kein komplizierter Auf- und Abbau. Alles ganz einfach. Beeindruckend hohe, große Messestände lassen sich optimal mit der Traversenbauweise realisieren. Dieses System ist sehr stabil und trotzdem ultra leicht. Die verschiedenen Traversen und Cubes sind intelligente Bausteine, aus denen Sie Ihr ganz eigenes Messestanddesign schaffen. Sie benötigen nur eine einzelne Messewand. LED-Wände oder Infosäulen in verschiedenen Ausführungen setzen Ihren Event oder Ihren Point of Sale perfekt in Szene. Hier nur ein paar Beispiele aus unserem Sortiment. Weitere Messewand-Modelle, Falt-Displays und die dazu passenden Theken sehen wir hier. Vielleicht ist aber auch dieses Messestandsystem Ihr Favorit. Das Octowall-System bietet ein modernes, rahmenloses Design ohne sichtbare Profile und Stützen. In Verbindung mit der Octolumina-Leuchtwand ein besonderer Eyecatcher. Durchdacht und flexibel bis ins kleinste Detail. Zu den beliebten Klassikern für Messe, Promotion und Event gehören natürlich auch unsere Roll-up-Banner und Promotion-Theken. Suchen Sie sich online aus über 100 Varianten Ihr Wunschprodukt aus. Mit unserem Outdoor-Sortiment kommen wir zum Ende unserer Showroom-Tour. Zelte, Beach-Flags, Sitzwürfel und viele weitere Outdoor-Möbel können Sie bei uns bestellen, natürlich mit Ihrem individuellen Druck. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.